Von einem Gegenstand zum anderen. Ali ist jetzt zwölf Monate alt. Theoretisch erst neun Monate, weil er drei Monate zu früh gekommen ist. Und er wechselt jetzt hier schön im Stehen zwischen zwei Gegenständen. Das hatten wir letzte Woche schon mal. Guck mal her. Jetzt wird es aber immer sicherer. Toll macht er das. Und schmoppeln. Ja, guck mal, zeig das nochmal. Hier kommst du so toll hin. Super. Ja, das wird schon sehr viel souveräner und macht das echt klasse. Super. Und da spricht auch das Feuerwehrmännchen. Die auch nochmal. Guck mal, hier. Hier ist sie. Ja, nein, schön, wie er versucht die Beine. Ach, ja, da hast du dich toll durchgekämpft. Super. Klasse. Hoch wieder. Genau. Das kannst du, ne. Ich guck mal hier. Jetzt kommt es vielleicht zum leichten Schwächeanfall. Aber das wollten wir euch noch mal zeigen und das hat er toll gemacht. Ja, ich guck mal hier.